Ja, ein recht herzliches Willkommen und einen guten Morgen an alle Leute da draußen. Hier spricht euer Sirius und wir machen da weiter, wo ich zuletzt kläglich versagt habe, beziehungsweise ein Level davor. Wir werden also jetzt nochmal gegen den Riesenbiber kämpfen, gegen Guanti nochmal. Und damit lasse ich es dann auch beginnen. Und wir klatschen einmal ab. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe vergessen, dass das Ding ja ziemlich hoch springt. Und noch einmal. Zack. Ich hasse dich. Ich hasse dich lieber. Noch einmal und dann haben wir es geschafft. Glücklicherweise. Und ich hasse dich. Zack. So geht das. Ja, und damit haben wir jetzt zum zweiten Mal die vierte Welt abgeschlossen und gehen nun hoch in die fünfte. Zu den Oil Drum. Ole. Auf los geht's los. Und ja, wir sterben direkt zu Empfang. Wie klar war das eigentlich? Das ist doch so typisch wieder. Es geht perfekt los. So liebe ich bin morgen. Aha, das TNT. Das wissen wir ja noch. Das kommt hier zu. Dann können wir nämlich hier uns den Bonus schnappen. Und diesmal rase ich voll in den Ballon rein. Super. Ja. Und es hat uns recht wenig gebracht, weil wir wieder sterben werden. Auf ein neues. Zack. Und dann hier. TNT. Ich werde mir wieder den Ballon holen. Ah, schade. Diesmal habe ich ihn nicht gekriegt. Egal. Und damit haben wir Didi. Zack, Bonus 2. Das hätten wir auch. Wir holen uns... Ja, wir holen uns eine Banane. Nämlich gar nichts. Habe ich keinen Nervzug. Und weiter geht's. Zack, zack. Ja, in das Feuer rein. Komm. Um. Um. Flöp. Reifen. Wow. Tja, somit ist der Reifen weg. Reifen ist schuld. Ah. Ja. Autsch. Ganz genau. Ganz großes Aua. So, so. Wow. Oh, Glück. Nein. Warum habe ich das gemacht? Warum stelle ich mir den Layer aus? Ich muss echt aufpassen, wo ich drücke. Ich will das Fass haben. Das kann uns helfen. Auch wenn es nur ein... Oh, oh. Oh, wie es der Zufall will, habe ich einen Bonus gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, nein. Komm zurück. Komm zurück. Wir brauchen dich. Glaube ich. Ja, genau. Hey. Super. Ja, nur ohne Ohr bringt uns das recht wenig, würde ich mal behaupten. So, immerhin haben wir ihn jetzt. Das hilft uns schon mal etwas. Zack, und Kong haben wir auch verloren. Ja. Und runtergefallen. Na super. Ich werde auf Ewigkeiten in diesem Level festsitzen. Ich weiß es. Ich spüre es förmlich. Boom. So, hier unten war er. Sagen wir auch nicht Nein zu. Und wir fliegen wieder runter. Ach, wie toll ist das denn? Ich liebe dieses Level. Ich hasse es abgrundtief. Zack. Was so toll war, direkt nochmal. Hier, hier, hier. Zack. Wir nehmen wieder den Bonus. Das bringt uns doch ein Stückchen weiter. Oh, Leute, das Video wird nur mit diesem Level bestehen. Ich weiß es jetzt schon. Zack. 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 Oh, Gott. Zack. Zack. Oh, fast. 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 Kein Bonus. Wird ja sein können. Ja, jetzt. Warten, warten, warten. Spring. Spring. Nein. Ach, Gott. Kurz vor dem Ziel. Ich kriege doch einen Anfall. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse dich, Level. Ich hasse dich abgrundtief. Zack. Nochmal. Wir waren so weit. Wir hätten es fast geschafft. Ja, toll. Super. Jetzt ist er weg. Ach, Gott. Ich kriege doch einen Anfall. Ja, geh sterben. Danke. Oh, trotzdem Bonus. Schnell weiter. Gar nicht als stehen bleiben. Ja, und runterfallen. Genau. Ich liebe es. Gott, ey. Ich kriege gleich einen Anfall, wenn das so weitergeht. Erstmal Didi holen. Dann ihn hier. Los, komm drauf da mit dir. Und wieder. Nein, 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 nein. Hinterher, hinterher. Ich darf mich nicht verlieren, doch. So schnell geht das. Gar nicht erst lange fackeln. Ich darf mich nicht nicht verlieren. Ich darf mich nicht verlieren. Ich darf mich nicht verlieren. Ich darf mich nicht verlieren. Zack. Boom. So, und jetzt schaffe ich es. Diesmal schaffe ich es. Ja, wenn ich nicht so blöd bin und im falschen Moment springe. Boom. 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 So drauf. Nein, nein, oh Gott, das ist wirklich gleich. Oh mein Gott, nein, ich will nicht, jetzt mach doch dieses verdammte Level. Oh, ich verliere ihn jedes Mal an der Stelle, das ist doch nicht wahr. Und wieder hier rein, komm schon, ich brauche wenigstens noch einen, den ich es nochmal versuchen kann. Boom, 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 und an den Bananen vorbei, das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Zack, nein, oh Gott, ich hasse dich, ich hasse dich, ja Leute, tut mir leid, ja dieses Video ist nur dieses Level, wie ihr seht, ich werde sterben, sterben und sterben und deswegen, ich erspare euch das. Und werde es jetzt alleine versuchen und sobald ich im nächsten Level bin, schalte ich euch wieder dazu, also, ich wünsche euch noch viel Spaß, wir sehen uns später.